So, zurück von der Unterbrechung, ne? Nr. 2 Nr. 2, genau. Naja, wie man's nimmt, ne? Ja, boah. Hier oben, die Viecher, die hier fliegen, die müssten ab und zu so was troppen. Oh Gott, ab und zu, ich hab davon den grad ganz viel schon gekillt, aber irgendwie... ...droppelten der Mist. Pff, dumm, dumm. Ja, das ist gut, ist gut, die brauchen wir nicht angreifen. Spinnerte? Nein, boah, ich freut mich. Todeskopf, auch nicht. Oder, oder, waren, ich glaub, eigentlich waren es doch die... Ich glaub, das waren die größeren oder so. Ne, warte mal, die haben verd... Ah, verdammt. Ich glaub, ich irre mich doch. Was denn das hier? Eine rumspringende Truhe? Was, wo? Ja, ne? Das ist eine rumspringende Goldtruhe. Hä? Ich öffne, nicht öffne. Hier, über mir, siehst du da? Nein, nein, ich bin tot. Verdammt? Oh, bin ich tot? Was soll ich denn eigentlich allein zu lassen? Sorry. Weil nicht mit Absicht. Eigentlich, zumindest, dachte ich's. Mann, du bist so weit unten. Ich komme, um dich nicht mehr allein zu lassen. Mein Gott, ey. Sie sind so stark. Mein Schwert ist so schwach. Der Schwert ist so schwach. Was wird denn her? Stark aufs Schwert. Ja, das bin ich irgendwie mal eins gehabt, oder so? Nö. Boah, ich habe hier so'n... ...knoten im Hals, ey. Hatte ich vorhin auch, oh Gott. Hatte ich vorhin auch. Na, das war doch weit rechts, oder? Also rechts. Ach! Die sind doch nicht hingeschossen. Oh mein Gott. Da sind so Dinger. What? What? Böse. Böse. Woder aber. Los geht sterben. Ja also, die scheint, glaube ich, das nicht zu trocken. Nee, die waren das Spülsmohmfurt ausspielend. Aber irgendwie muss doch die Telle tropfen. Nee, das nachgang weh. Ja, äh... Es gibt eine Methode mit, äh, Meteoritendienstbüster. Dingsbümster, da kommen die komischen Augen da, hier, wenn wir immer einen Meteorit in Nähe haben, weißt du? Ja. Und wenn man den im Untergrund haben, äh, was weiß ich, wenn du die Teile im Untergrund hinbaust, also die du abbaust, wieder hinbaust, im Untergrund, eine bestimmte Anzahl, dann kommen da auch die Augen. Es muss auch hier in der Co-ruption sein und dann soll das irgendwie auch klappen, ich hab keine Ahnung. Da kommen irgendwann, welche Viecher wird angeschwürt und die Tropenmilche. Ah, stimmt, genau. Jetzt wurde es, sagst du, habe ich mal ein Video gesehen. Okay. Wir haben also heißes jetzt. Ne. Also, wenn wir es die Dinger hier kaputt machen, um hoffen, um hoffen, dass hier so ein Meteorit getroppt wird. Ach, getroppt wird, da ich schon. Gespawnt wird sozusagen, und dann, ja. Ja, aber das kann ja noch Ewigkeiten dauern. So ist. Es gibt doch andere Wege, irgendwie. Irgendwas droppt das. Das ist nur fraglich was. Weil mit der Methode, das ist ja nur ein Trick, weil es muss ja auch eine richtige Methode gehen. Haben wir überhaupt schon welche? Was? Souls of Nights, oder Seelenländer. Ja, eine haben wir. Die müssen wir irgendwo schon herbekommen haben. Ja. Wo? Das letzte Mal mal vor drei Monaten gesagt. Ja, das ist die gute Frage. Alles schon vergessen. Und die Videos angucken kann ich mir jetzt auch nicht. Ich wüsste auch nicht in welchen. Meine Güte. Oder, naja, gut, müsste ich noch nur Unterbrechungen machen. Höh! Und bist du schon Bockstum? Och, Mann! Höh! Bleib ruhig, Robin. Es wird alles wieder gut. Also, Leute, jetzt lasse ich mal so ein Meteorit finden, ja, und so. Und da haben wir noch normale Meteorit, ohne dass wir die gleich hier... Ich will schon die umgewandelt haben in... Du weißt schon was. Mein Gott! Ich darf zu sterben. Ich bin nur im Haus. Und du hast jetzt meine Axt, na toll. Ich komm aus dir runter. Ne, nicht runterkommen. Ich will doch grad hoch. Ähm, kannst du mal in meine Richtung kommen und, äh, mir da helfen? Nicht runter, mag zu spät. Hä? Wo bist du? Bisschen weiter rechts, äh, fast oben. Aber da ich nicht rauskomme, da was im Weg ist. Hä? Ähm. Ach, da bist du. Ja, boah, du bleib da. Hä? Oder? Aaaaah! Mann, ich weiß nicht, wo du bist. Wenn du grad einfach bist. Ach, da bist du! Okay, ich komme. Es ist zu spät, ich bin schon so gut wie drauf. Aaaaah! Ich war so gut wie drauf. Ja, hier bist du, Markus. Hallo, Robby. Hahaha. Komm, komm, wir rüber. Hahaha. Ey, warum war das eigentlich? Ja, also jetzt krieg ich die Krise. Jetzt machen wir noch mal ne kurzen Cut und ich gucke mal vor irgendeinem Video an und so, wie der Holz auf Leid in Nights kriegst. Oh, sehende Nacht. Das wird mir irgendwie zufälle. Dann machst du mir jetzt gerade vor dir. Ich steckte Pause. Das versteckt mich jetzt hier irgendwo. Aaaaah, ich bin da angegriffen. Aaaaah! Du wurdest angegriffen. Mann! Ja, ich hab dir gesagt, ich mach's Bette kaputt. Äh, äh, What? Ja, mach's kaputt. Also ich mach's kaputt. Lass mal nochmal. Ja, ist schon gut. Lass stehen. Jetzt porte dich mal weg. Um Rettung. Was soll ich? Weg porten. Ich hätte dir das Geld geben sollen. Warte. Warte. Willst du dich nochmal, Herr? Wer lässt sich, wird sich das nicht bringen. Hey, wie geht das? Ich gebe dir jetzt das Geld. Der kann sich nach Hause porten. Ups. Hm. Was gebe ich dir noch? Hier das Ganze verkaufen. Ach, du hast bestimmt gar nichts. Ja, ich... Ja, Moment. Jetzt. Hallo, Sparschwein. Freutige, so dicker. Ach so, und ab, äh, ab 42 Gold, äh, ab 50 Gold mitst du das bei einem Platinum oder was? Richtig. So, und ich werde dir meinen Arsch parken, dumm, wir machen nochmal eine kurze Pause und ich gucke mal bis gleich. So, wir kommen zurück. Äh, du hast ne Pyramide gemacht? Habst du so raus? Ne, oder? So, warum? Ja. Der sieht cool aus. Ja, und dann, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du da reinkommst. Eingang, da hab ich schon nicht überlegt, den mach mal. Pass auf! Hab ich spitze, sie für den Eingang, nein, hab ich nicht. Ach, überleg dir, wie den Eingang macht. Und der Haus war so langweilig. Ja, ich hab's gut, ich hab's gut gemacht, komm jetzt mit. Moment, bleib' noch nicht runter. Nee, gar nicht. Ich bin schon. Ich bin schon wieder hoch, weil. Ich hab' zu viel Krempel. Ich bin mir auch, aber. Ist was, ich mach' jetzt hier mal eine Crestbox und dann lege ich hier mal ab, was ich hier nicht brauch. Aber man, ne. So. Wie wollt' jetzt alle ablegen, ne? Ah, das nicht mehr frei. Oh, ich hab' den Kaffitationstragen, muss ich mitnehmen. Aber, Robin, du kennst doch die Fledermäuse, ne? Ja. Die toppen zum einen was. Okay, bauen wir eine Tür unten. Tür? Hm. Wo sind meine Tränke? Ach, hier. Ja. Ich komme. Wenn ich jetzt bloß Wurmfoto hätte. Warum? Naja, äh. Damit könnt' ich... Entweder bekommen Sie es schaden, dass ich sowas von tot bin. Oder... Ich verschlöcke. Oder... Oder nicht. Okay. Ja, die erste Soul of Night hab' ich schon. Oh, zumindest schwebt die da vor meine Nase. Und wie bekommst du die vom Licht? Weiß ich nicht. Ich hab' schon die zweite Soul of Night, die musst du alle aufsammeln. Okay. Oh, was ist die mit Licht? Haben ja beide... ... so im Scheiß. Haben ja beide hier die von... ... so im Scheiß. Ja, ne... ... so im Scheiß. Ok. Ja, ne, darum. Das ist mir ja relativ. Mal beide Dämonflügel, ist ja. Eigentlich scheißegal. Auf der Stern. Wie viel habe ich nichts davon? Zwei Stück, ok. Und welches Ding droppt die Teilen jetzt? Naja, hier verschiedene Filme. Oh, groß! Ich hätte mich jetzt getötet. Dann habe ich mir so einen Schaden genommen. Verdammt. Oh, ich komme gleich runter. Ich verkaufe dir noch ein paar Dinge und mache Platz. Warum hast du auch echt aus dem Haus eine Pyramide gemacht, du? Du bist mir einer. Wie ist der cool aus? Ja, wenn du meinst. Ähm, das brauche ich nicht. Oh, zwei Gold. Oh, noch mal zwei Gold. Hm, das geht nicht. Was? Oh. Ich glaube, du kannst dir demnächst dein Ding kaufen. Oh, ja. So eine komische Situation. Verfolgt mich. Ah, gleich bin ich tot. Ah, verkehrte Waffe. Das ist weg. Mann, wie leer auf einmal mein Inventor wird. Ja, eine komische Pyramide, du hast du daraus gemacht? Ja, der ist ja noch nicht fertig. Okay, wir haben einen Platin. Wow. Wow. Was hast du gemacht? Magst du das mal? Magst du das mal, ist das mal noch? Das hat so Hammer, ich habe schon gesagt. Warum das? Du nicht mehr? Ja, ich nehme schon, Benny. Wo ist der Platin? Sparschein? Ja, das ist immer noch. Das ist gar kein Platin. Wie ist denn Platin? Nein. Der ist ein Platin. Hier sind 47 Gold, 48 Kupfer und 54 Silber. Kein Platin. Erzähl doch kein... Okay. Scheiß. Die erste Münze ist Platin. Wo ist dein erster? Die ganz linke? Da ist immer keiner. Hä? Nein. Ach, kaufe ich es eben. So und finde ich es auch eine Schmeche drüber. Von mich? Beim Nennen Zauberer, ne? Und ja. Meine Eidsgute. Kommt in die Wand. Markus. Markus. es gibt das ist ein tolle Eisroute fühlt sich toll und dafür ist so viel Geld ausgegeben wir kommen so mal runter ich bin schon dabei ja gut gefallen im gleichen Geschwindigkeit das war das ist das ist auch gesehen ich hab nicht gesehen ich hab was gesehen was mir Angst macht so jetzt könnte ich würde mich freuen also wurde Feuer im und gibt nichts so offenheit wir können benannt Prozent und das tut der Verstehung schließt Berlin und schon eine nein jetzt hast du mal rüber die Murmel ähm warte mal ja au und das kämpft hier oben noch eine Wohnung stimmt ja da haben wir glaube ich auch mal Sachen drin ja ich stell dir mal ein Bett rein ne ja ja ich hab gespielt ich hab gespielt Mann ey meine Wache war so zu schwach wie Mokos die Murmel darüber ja ach deine Eisroute ja die Pack ich hier an die Kiste rein oder was oben ansieht er begegnet die komischen Typen Null Chance ey das sind doch schon getötet danke ich selber noch schnell dann für dich okay ich sehe Eisroute den Schnäppel so aus das ist die Begrüste runter so mit mit Fittung geht gerade um die irgendwas weiß nicht 8 Prozent warum tropft jetzt keiner mehr was ja ja bei Medica okay was getrockten das macht nur ein Mut dass er etwas tropft man denn nicht oder was nicht gerade nicht mehr stopp hallo wo ein Treffer das Ding war weg das ist so niedlich das kann noch nichts oh ähm ja komm mal wieder mit nach links oh nach links ne wieder mit dich also da wo wir eben die ganze Zeit waren ich wundere sie jetzt gerade ziemlich die vom Bild kann und was geben hallo hallo nicht mehr wie proben wir nochmal davon 60 insgesamt 31 ich hab zwei ja ja und eine in die Kiste verdammt das wird ja äh 30 Parts nein übertrieben 50 ja du Schleim du kannst auch noch aufgeben das ist ja eigentlich die Unschwein und Propkin nix alter mit öfter sind Steine die mir gerade gefeilt ich hoffe die kann ich abholen und ich habe mich nicht um ich bin ich das ist es ist nicht mehr das nein Nennen 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 Wupprostpüse Ich hab immer keine Was ist? Aber Eine springende Schattentruhe die als Pärschung Sie hat meine Handschuhe wie ein Titanohanschschuh Oh, das ist mein Ding Nein Nein Wenn das schon ein Teil ist Ich hab nen Titanhandschuh bekommen Ein Titan Was bringt der? Äh, erhöht Nahkampfrückstoß Brauch ich nicht Ok, soll ich mal was machen? Deine Eisrute geht mir ziemlich auf die Nerven grad Die macht nicht mal Damage Macht sie nicht? Nein Weil all das Ding doch mal schon was an Damit erstmal getrennt werden, was ist kompliziert Gedrückt halten Das geht ja Du bestimmt kannst es auch lenken Nein Nein Schon versucht Oh Hier, den kannst du haben Wirst du ihn haben? Ja, sag mal ja Ja, eine dunkle Lanze Ich hab vorhin Ich hab vorhin eine Fledermaus gekillt Und da kannst du nichts Was ist ne Feuer im Na hier unser Feuerhase Ja, aber du musst auch die Feuerhase warten Ich hab schon einige etliche Geld Das wundert mich grad Ich hab das weil Du hast Keine Quest mit einer Wir haben mal 3 Ok, wir brauchen noch 7.50 Das geht ja schnell Haha Und kommst du klar mit der Lanze? Naja Gut, bin ich endlich mal weg Ich könnte auch das Mo-Ram-Masa schenken, ne? Mo-Ram-Masa bist du selber? Hattest du nicht mal ein Feuerschwert oder so? Habe ich immer noch Aber das zu langsam Hier Mox, dann müssen wir das große Ding erkennen, was ja immer ist Oh Und wenn der kleine Herr kommt? Der ist ja Ja Nö, dann nackt also Ja, ganz toll Ergut mich grad im Drogen Was? Na, dass hier keiner tropft Ich will jetzt welche Komm, seit nicht so fies Los Kommt Ich will alles haben Ja, schön Einen Denn, denn, din, din, den Baden Ähm Da hier ist ein Hase, hier ist ein Hase, den Kili geht's ja Töte mal Oh, hat es getroppt? Hat? Nein Na nicht, also Bo sådan bis drei Mal treffen mit dem Ding ok um ich komme gleich noch mal wieder wie wieder ja ich hab mich jetzt gerade hochgepottet ich will kaum was machen weißt du wo die Tosse war die 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 Tüße hier mit den Prozent die Dings verkauft wird auch kommen ich komme nicht drauf und weiß bestimmt welche vor ich meine oder hier die Mann müssen müssen wirklich das Hotel machen dass sie alle einziehen auch wie hielten die ich bin hier wo ihr einziehen lassen die Jürgen die Zauberer Gehst, gehst, gehst. Nein! Du Zauberer gehst irgendwo. Kannst vermessen. Unser Haus betreuen. Kein Zug. Warte, warte, warum? Hat Licht, ach, hat keinen Stuhl. Moment, einen Stuhl kriege ich auch mal hin. Ein Stuhl, ein Stuhl. Ein Stuhl, ein Stuhl, ein Stuhl. Robin, du bist zu schweigsam. Hier ist ein Voodoo, den Boden schwarzen, dass der das Ding droppt. Okay, dann halt. Nein. Warum nicht? Warum? Was? Ach, bestimmt, wen kennt die Tür. Die Trocken hat ja nichts mehr, Markus. Ja, ich wundere mich gerade auch selber. Aber es ist halt immer zufällig. Ich will jetzt hier nochmal so ein Wurm-Ding, wo wir uns machen. Denn? Denn? Ähm, denn? Ne, damit, ähm... Weil die droppen welche, ähm, in bestimmten Gegenden. Und die Gegende ist da unten, also die Umgebung. ... Wie, äh, äh... ... Nein. Ich brauche eine Tür. Eine Tür dahin. Jetzt kann die hier einziehen. Ach, Mann! Komm, komm hoch, Robin, wir machen ein bisschen am Hotel. Das geht mir nicht ziemlich gerade auf den Hafen. Aber irgendwann müssen wir doch hier die Dinger zusammenkriegen. Ja, dann sind wir zusammen wie aufs Screen, sagen wir jetzt mal so. Das ist doch doof. Ja, oder wir warten halt, bis die komische Tante eingezogen ist, endlich. Und ich denn endlich das kaufen kann, weil ich kaufen will, damit ich den Wurm den Fuß machen, züchten kann. Aber die ist noch nicht da. Der Druid hier, was macht er den ganzen Tag? Langweil. Ja, also, ähm, die Tarnhandschuhe, mal gucken, bringt der mir irgendwas? Kann ich den verkaufen? Geschäft, zwei Gold, wow, hier, Schenktür. Jetzt muss man auch die Tante einziehen. Geschäft, was hat er dann verkauft? Äh, gut. Hauptstoff, äh, lieb, brauche ich alles nicht. Direkt lobt. Ja, jetzt mach mal jetzt an, 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 an der Wohnung weiter. Ja, du kannst, äh, Wohnung, äh, äh, Hotel meinte ich doch, sorry. Ey, und ich mache auch das Hausanschnittsvater hier, die Pyramide. Und ich mach das da ein bisschen. Holz, Dings, hab ich alles. Licht wackeln. Ja, man! Mach dann Eingang bei der Pyramide, dass man auch von außen reinkommt. Ja, ich bin schon dabei. Ich muss ja erstmal alles hier ein bisschen umgestalten, damit es auch aussieht. Jo. Ach, nicht planen. Ähm, ne, 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 ne. Holz. Eine. Ups. Markus, ähm, was ist eigentlich immer mal mit einer Minecraft-Welter? Und warum und da mal weiter? Unser Minecraft-Weld? Naja. Ja, wir haben da mal angefangen zu bauen. Äh, ja, ähm, die ist weg. Die ist abgekackt durch Nico. Ne? Ja, das ist, und, äh, let's play. Tja. Wie, wie weg? Ist du ehrlich? Naja. Eieiei, das ist böse. Ist ein bisschen ärgerlich halt. Und jetzt? Na, jetzt wissen wir, 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 wir wollen, ähm, andere Spiele machen. Denn, erstmal, vorübergehend. So. Aber dann, danke, danach. Ja, wie gesagt, zurückgucken da, und machen doch. Jetzt saiht's trotzdem ein bisschen an. Ja, ist das klar. So! Ja, sogar die ersten Leuten können einziehen. Die ersten zwei hab ich rein gekriegt. Jo. Ich muss ja Wende, Holz Wende machen. was wird wenn du ja um kann jetzt brauche ich auch wende ach man der erste die ersten ziehen schon aus und so auch toll. Und die Tussi kann, äh, entschuldigung, die Frau kann hier einziehen. Und der Typ kann da wieder einziehen. Und wen ziehe ich da hinten jetzt ein? Der wohnt da jetzt alles. Ähm, die. So, ähm, ja, wo bist du? Was machst du? Aber er hat gesagt, ich brauche, also, ich mache unser Haus, ist mir noch richtig fertig hier. Okay, Mann, mach ein Eingang. Mann, nee, ich mache sie nur irgendwie anders. Stell doch mal. Ja, schön, das ist, das ist, das ist einfach so. Ach, was würde ich jetzt machen? Hintergrund, 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 hintergrund. Steinwand. Ja, gut, Steinwand. Steine, haben wir irgendwo Steine? Ich glaube, wir müssen irgendwann mal Steine abholen. Ja, so leicht glaube ich das jetzt. Steine, Steine, Steine. Auch keine Steine. Ach, das dauert mir zu lange mit der Frau. Wo ist die? Mach mich fertig. Da kam ja, ah, Baren. Baren kam da rein, nix tue ich schon nebenbei, ein bisschen sortieren, oder was? Steine, wir haben echt keinen Steine. Sehendes Blubes, Sildes Licht, Seele danach. Federn. Dann kommen wir den Tingsgrunds und eben Steine abholen. Das ist Maragd. Saat. Saat brauchen wir nicht, kein Fruss. Oh, weggeschmeißen. Vecton Metal Fui. Steine, Steine. Ich brauche Steine. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Klankenwand. Stein Ziegelwand. ja wir haben echt keine Steine irgendwie nach oben haben wir auch noch ein paar Kisten das ist immer noch keine tolle Pyramide aus der Führung ich bin dabei ja hätte ich auch gesagt hat doch was Hust nein Störplacke ich trotze Hubs es ist so leicht verarschen oder Mann ich komme oh ey du musst ja irgendwie alles kaputt ich bin eine Pyramide draus Mö 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 machen ein Garten Mö 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 Sturzten ist die Frau den Entschuldigung bitte ihr habt bitte 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 9 diesem Monat wo ist sie denn vor Ort am meisten und ganz nichts mit uns können wir beschrieben ich guck mal kurz mehr okay und wichtige Werbung um ich gucke mal wo die Frau ist das richte mich auch voll auf die kommt bestimmt nicht klar ne typisch Frau ne um um ja nun mit dem Projekt aber immer auch man den Socken und das nur alles vor ich dachte eigentlich das wird nur ganz wenig ein paar Mops besiegen wir haben es geschafft bitte doch noch länger wird ja doch noch ein bisschen und ich will demnächst auch meine Axt wieder haben schon sind so nackig ja oder du Morschen Werbung oder du fällst Prozent von von und Schleim geduldigt ich habe Schleimblut an der Hand der Hintergrund spackt ein bisschen um 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 ist ein kurzen und ich bin wir haben nicht ich kann Glück haben wir hier irgendwo ein paar Dingskrieger Flieger was schon folgt so hoch ja das war die Dämonen um es gab die Begründung das Glocker und dann dauern wieder auf ich hab nichts gedrückt nicht immer wo ist die Kursi wo ist sie jetzt werden drüben die Klinik in Schleim die Jungen muss kommen sie wussten die 90 die gibt es genau die Prozesse der euch gebrochen ja mehr geben hier ist ein meteorit was ist hier noch ein paar rückstände von meteoriten ähm wemst du mit denn ähm ich bemühe mich ich bemühe mich echt oh warte mal das sind doch nur Erbte wie kriegt man daraus ein meteorit den Krieg die Erbster muss man da wieder hinbauen die Erbster kann man doch nicht nur platzieren nicht kann man irgendwie einen Block daraus machen ich hab keine Ahnung mehr natürlich, äh kotze ist gerade an der ich gestorben bin echt aber ich kann trotzdem ein Vorhaben machen du hast einen Eingang gemacht hm ich bin stolz ganz stolz auf dich na ich bin das ja und 12.35 ach wir müssen demnächst öfters mal ne Corruption und so wegen ähm verfolgtes Fleisch brauchen wir und die Ekepilze müssen wir aufsammeln jetzt auf da noch irgendwie so einen Aufgang zu machen nein tu ich nicht ja gut ich geh den äh ich geh den ähm na du weißt schon was gleich wieder an die Corruption und 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 Wert gegen Weltenfresser kämpfen kannst du mitkommen wenn du willst aber ich glaub das lohnt sich ja nicht für dich ne äh äh doch im Neto da brauch ich dich denn äh ja 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 im Moment ich wollte nur noch schild das sind scheiße fertig so ich hoffe dann dass wenn wir im Neto sind und wieder hochkommen endlich die Frau da ist die macht einen ja echt fertig und dass die immer nicht mitkommen werden typisch und ein Typ kommt ja auch nicht klar oder was ähm kann ach so du ich muss ja dann auf dich warten bum 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 was machst du da ist doch kein Eingang ist doch ein Ausgang kein Eingang he 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 fein machst du das Robin fein sieht ja richtig toll aus na darf ich da jedes Mal springen oder was ich mach einen Sprung noch dann bist du oben einen sagst du ja so ding tschuuu ach Mist ja also ich warte dann auf dich ne der feine Herr ich warte immer noch was ist ich warte auf dich sag dich ne geh doch schon mal vor ja gut dann falle ich ihm schon mal vor ähm weil ich sagen würde den ups den geben wir auch dann gleich mal nochmal links und tu mal die Meteoriten zusammen abbauen ne weil du brauchst ja den noch für den Rüstung ne ja ne ich mach mir die Ecke bitte ähm ne vielleicht hab ich Glück da ich jetzt wieder irgendwelche äh kriege und so wo ich Souls of Nights kriege da ich find mal komm mir komm mir hier dich tültig bitte tropfus bitte nö denn nicht waaaaa es hält mich aus dem auch ausloggen und Robin das machst du gerade ich hab ja Eingang fertig gemacht auch das macht der feine Herr mit zwei Sprünge ist man oben schön für die Sparte, zwei Sprünge Mann, was für einen Spitzer gebrauchen wir, um so eine Ressource abzubauen das ist ein Cleaner-Pilz das geht alles sterben ich hab eine Seele der Nacht bekommen ich hab eine Sohn zu fahren ich hab drei sogar Robin ist mir zu nein, ich hab das so warum sagst du das? da könnte ich jetzt drei Dingsbums hole, Seelen der Nacht ich hab mich nicht verstanden ich hab drei Seelen der Nacht echt? Leute, du bist so schnell gekriegt dann war ich mich getötet und hab welche bekommen und ich hab mich töten lassen ich wollte die Seelen noch abgeben tada, guck mal tada, guck mal sag auf da darf sie so ey, eine Schildkröte, guck mal ich will doch nur der fette Kopf voll im Brennen haben wir in der Pyramid eine Schildkröte das die Frau ist endlich da endlich die 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 Schildmann Robben Liebensbetreiber vor die Tiefel der Hase wird worden die Titel kurz die Nacht kommt mit könnte ich unterstützen so leichter über mich Brüder denn schon gut zwei Stunden in den Plätzen da oben und dann wo waren das jetzt eben tun ich kann man die Menschen getötet also so ein Stück weit runter noch Oh! Oh! Hoppy. Hast du ja nicht immer gleich mich töten lassen? Warum ist sie tot? Äh... Warum bist du jetzt gestorben? Noch eine Seele danach. Ich kann äh... Wer droppt die jetzt? Äh... und die Flüchtlinge und wie ich verstehe man schon die Kommission nur wenn es nachts draußen Mülk wo ich bezweifelte Köln ja wir irgendwann müssen wir auch noch gegen die riesengroßen Mops kämpfen Angst ja und von den zu komischen Zerstörer sag ich schon nein wo das hier Angst und das kann ich für ein Ding hier oben ist ein riesengroßes Ding das auf den Hammer hall da kommt nach oben da ist es das habe ich vorhin gesehen das habe ich vorhin gesehen verdammt verdammt wie warum wie konnte mir das Robin mein Gott ich habe zwei Seelen in der Nacht ich habe ich habe noch mehr oder wie bitte ich habe noch mehr oder naja warum ich habe die schon abgegeben achso jetzt haben wir schon acht komm mit wir machen jetzt gleichzeitig runter zu spät wie nein Quatsch ich mache jetzt noch was fertig komm mal ja dumme Frau du bist schon runter wenn ich hier gerade noch stehe auf die bitte fertig uuuu äh wichser ich sehe nicht hehehe ups ich habe nicht fest mach das nie 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 wieder hast du verstanden mhm bling 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 danke was sind sie mal nie wieder ne was sind sie mal nie wieder ne die nehmt nicht sagt auch sind sie mal nie wieder hehehe Mokko nur bleibt sehr ich bin mit dem Samplein oder kann ich stoppen noch 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 Aua Mann durch das Ding wurde ja ran geschoben und bin ich gestorben durch den Sturzern ne warum warum da stehe ich nicht r 3 ich dachte jetzt eben schon ich hab wieder ein zu nein n au du schweb um schütze ja äh äh gut ich fall schon mal weiter runter und und ich fress mal so kurz und ich hoffe du kommst in den Sünder komm nach Nein du Feuern, du schießt nicht. Gut. Oh man, hier ist es so dunkel eigentlich. Pui. Pui, Pui. Pui, Pui. Alter! Mich kotzt halt auch ziemlich an! Ja, versuch am Leben zu bleiben Ich falle den nochmal runter und Mein Gott, warum ziehen die mir so viel ab, ey